Bro, mach mal kurz meinen Stream auf. Ich hab... Marsch hat mir das Video geschickt mit den Worten Zabix geht's gar nicht gut. Fand ich sehr witzig. Digga, das Shirt war so eng, das war von vielleicht Uwe so ein Shirt aus Latex. Haut eng. Digga, schön gegen die Stange. Digga, meine ganze linke Seite ist komplett blau. Ein ganzer Brustkoppel. Das war halt auch nicht mal knapp. Null knapp, Digga. Aber auch nur weil mein Bein so überanstrengend war. Meine Außensehne tut weh, okay? Ich musste immer einbeinig abspringen. Bro, das ist so ein Meter hoch oder so, Digga. Was frisst du da schon wieder mal? Nein, ein Meter zu Nudeln. Mit Sahnesoße. Du hast einfach gesagt, yo, ich spring nicht drüber. Ich spring einfach in das Ding rein, Bro. Ich hab in der Luft aufgegeben. Das hab ich noch zweimal gemacht, da hatte ich so Rippenschmerzen, dass ich nicht mehr konnte.